Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, meine Freunde, wir sind wieder auf unserem Hauptaccount. Und zwar ist das die erste Episode nach unserem sehr, sehr, sehr erfolgreichen Pack Opening. Team of the Year Pack Opening. Wo wir nämlich einmal Team of the Year Ronaldo gezogen haben und dazu noch Team of the Year Ramos. Kann man mal machen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, Jo Messe, was geht denn da oben mit deinen Münzen ab? Das sind ja ganz schön wenige irgendwie, ne? Richtig, das sind ganz schön wenige. Allerdings habe ich da was für euch im Angebot, was euch wahrscheinlich um einiges besser gefällt als diese Münzen da oben. Und ja, ich würde sagen, wir starten auch einfach gleich mal los. Das wird so ein kleines Teambuilding. Ich meine, ich habe eh schon alle Spieler da und wir werden massig Teams bauen jetzt in nächster Zeit. Ich habe nämlich da mal so ein bisschen investiert, will ich mal sagen. Und ich nenne dieses Team auch einfach nur Team of the Year. Nein, ich habe nicht alle Team of the Year Spieler, also jetzt nicht übertreiben in euren Köpfen, aber ich habe da glaube ich was ganz schönes für euch. Und da gehen wir jetzt mal auf die Formation 4-1-4-1. Da ist sie. Damit wollen wir uns doch mal was machen. Jetzt stelle ich mal hier so einen Torhüter hin. Da würde ich sagen, entscheiden wir uns mal für Sirigu. Dann nehmen wir hier mal einen Linksverteidiger. Da entscheiden wir uns. Scheiße, den habe ich gerade nicht. Den müssen wir noch kaufen, okay. Aber jetzt können wir dann wohl mal starten. In der Innenverteidigung werden wir nämlich mit erstmal Thiago Silva, Team of the Year natürlich spielen. Den habe ich mir heute Morgen früh, also das war am 19., also Sonntag morgens, für 579.000 gekauft. Liegt aktuell glaube ich bei 650.000 bis 700.000. Also das geht klar mit dem Preis. Ich habe auch Spieler gekauft, die jetzt ein bisschen billiger sind, aber die, wo ich hoffe, dass sie noch höher gehen. Jedenfalls 579.000 für bezahlt. Ist auch ein frischer, natürlich sehr schön. Dann hätten wir hier den lieben Herrn Sergio Ramos. Den habe ich ja gezogen im Team of the Year Pack Opening. Ja, es steht jetzt natürlich Tauschangebot, weil wir haben ihn genauso wie Ronaldo auf einem anderen Account gezogen. Und deswegen steht da jetzt Tauschangebot, aber das ist unser Gezogener. Ja, der kostet glaube ich aktuell so um die 600.000. Dann, wie gesagt, Linksverteidiger haben wir gerade aktuell leider nicht da. Aber wir haben einen Rechtsverteidiger am Start. Und das wäre Dani Alves, Rechtsverteidiger mit Powerhouse. Er ist der einzige Team of the Year Spieler, glaube ich, der nicht mehr frisch ist, leider. Aber dafür einen relativ guten Preis erzielt. 530.000 sollte klar gehen für ein Team of the Year Dani Alves, den du auch einfach mal als Winger spielen könntest. Ich glaube, der liegt aktuell so bei 650. Irgend so was rum. Jedenfalls, wo ich das letzte Mal geguckt hatte, kann sich alles natürlich relativ schnell ändern. Jetzt machen wir mal hier so einen Spieler rein, der mal Gold ist. Nämlich einen rechten Flügel. Und der ist Lukas. Jaja, ihr habt schon Gedanken im Kopf, wie es enden könnte, ne? So, dann fangen wir mit der ZDM-Position an. Das ist, oder ne, wir fangen erst noch mit dem. Das ist ja eigentlich egal, ihr seht jetzt eh alle. Pum. Xavi, Iniesta, beide Team of the Year. Matuidi kommt aber hier hin. Natürlich der Second in Form. Auf diese Position stellen wir Iniesta, Team of the Year. Auf diese mittlere Position kommt Xavi, Team of the Year, als Catalyst. Wer kommt wohl da links hin? Da werdet ihr jetzt auch noch einen anderen Spieler sehen. Den werden wir jetzt noch nicht einbauen, aber den habe ich... Ach, ne, den sieht... Ach so, ne, okay, alles klar, passt schon. Ihr seht natürlich gar keinen. Natürlich hier Ronaldo, Team of the Year. Auch hier Tauschangebot, weil ich den vom anderen Account rübergeholt habe. Ist natürlich schade, dass da jetzt nicht mehr Erstbesitzer steht. Aber was soll ich machen? Ich musste ihn ja irgendwie rüberholen. So, dann haben wir hier Iniesta für 997 gekauft. Lag immer so über einer Million, deswegen sollte das schon klar gehen. Na, erstmal hier Xavi noch. Xavi für 755.000. Der ist jetzt, glaube ich, aktuell ein bisschen drunter. Aber naja, mir war es eigentlich relativ Latte, weil ich meine, wir haben alleine durch Ronaldo und Ramos schon genug Gewinn erzielt. Das mir jetzt nicht ganz so wichtig war. Matuidi für 48.000, der ging so um die 50.000, das sollte auch klar gehen. Und vorne, natürlich, Zlatan Ibrahimovic, Team of the Year. Und den Jungen, für den Jungen habe ich 4,3 Millionen bezahlt. Aktuell ist er, glaube ich, bei 4,2 Millionen. Also, er ist nochmal ein bisschen getroppt den Tag über. Aber ist kein Problem für mich. Ich wollte ihn einfach nur haben. Und ich habe mir gedacht, hm, ich weiß nicht, wie lange ne pennst, Massif. Weil ich habe an dem Abend, also von Samstag auf Sonntag, habe ich durchgemacht. Beziehungsweise bis morgen früh ist um 10, ne. Und dann wollte ich mich nämlich um halb 11 so schlafen legen. Da habe ich gedacht, nee, komm, Massif, hol jetzt alles und geh dann pennen. Dann kannst du auch irgendwann, was weiß ich wann, aufstehen. Und dann passt das. Dann hast du ihn einfach. Und da ist er, der Zlatanovic natürlich. Und hier auf diese Position kommt noch Marcelo. Das heißt, in unserem ersten Team haben wir sieben Team-of-the-Year-Karten. Und ich habe da aber noch was für euch rumliegen. Aber das zeige ich euch gleich. Wir kaufen jetzt erst nochmal hier schnell den Herrn Marcelo. So, Marcelo. Messi hätte ich eigentlich auch noch kaufen wollen. Beziehungsweise ich hätte ihn fast gekauft. Aber dann ist da ein bisschen was schief gelaufen. Und ja, dann habe ich ihn doch nicht mehr gekauft. Leider Gottes. Ich hätte ihn für 2,8 Millionen bekommen. Aber ich kam nicht in meine Trading-Accounts rein und konnte keine Coins rüberschieben. Und ja, dann wo ich wieder reinkam, war es schon ausgelaufen. War relativ schade. Achso, wir haben eben auch schon welche gefunden, oder? Ich drücke hier als weiter. Na, 6,3. Da geht doch noch was, oder? Gehen wir nochmal unter die 6. Auch krass. Könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern. Marcelo haben wir vor dem Team of the Year, glaube ich, für um die 11.000 verkauft. Relativ kurz davor. Und dann auch nochmal einen für, glaube ich, um die 11.000 gekauft. Wieder. Und ja, der ist fast um die Hälfte auch wieder gesungen. Ja, Verträge haben wir ja, deswegen... Na gut. Ich will aber eigentlich einen Shadow haben. Aber Shadow haben wir eigentlich auch. Naja, ist dir egal. Wir kaufen einen Shadow. Ja, so bin ich immer drauf. Wisst ihr ja. Okay, dafür gibt es noch keinen. 7,6. Auch noch nicht. Okay, 8. Nee. Okay, 8,5 dann halt. Gut, hier gibt es einen. 8,5. Ja, 16 Verträge. Komm, ab mit dir. Und dann steht das Team auch schon. Jaja, ich weiß, das ging relativ flott, meine Freunde. Aber wir hatten schon alles da. Und ich weiß nicht, ich hatte es einfach so... Mich hat es gejuckt. Ich wollte euch das einfach zeigen. Ich bin richtig geil drauf. Ich denke, es wird von jedem Team-of-the-Year-Spieler ein Review geben. Das heißt, ich werde jeden Spieler im Einzelnen bewerten. So, jetzt machen wir hier nochmal kurz Marcelo rein. Und dann seht ihr auch, es haben alle volle Chemie. Nur natürlich, der hat noch nicht seine Position. Und Ronaldo hat noch nicht seine Position. Allerdings schätze ich, wenn ich hier den spanischen Manager reinmache. Nämlich den hier. Richtig. Dann haben sie auch neuen Chemie. Da muss die Position noch nicht mal unbedingt umstellen. Und ja, wie ihr seht. Ibra frisch. Ronaldo haben wir gezogen. Natürlich auch frisch. Iniesta frisch. Sogar Matuidi ist frisch. Da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Xavi frisch. Ramos natürlich frisch, weil wir ihn gezogen haben. Thiago Silva genauso frisch. Nur Dani Alves hat schon drei Spiele auf dem Buckel. Aber das sollte nicht so ganz das Problem sein. Und ja, ich habe hier noch so ein kleines Schmankerl für euch. Auf den habt ihr wahrscheinlich auch Bock. Nämlich Franck Ribéry. Den Jungen habe ich mir eben gerade nochmal für 2.390.000 erboten. Der ist leider nicht mehr ganz frisch. Aber hat schon ein Spiel auf dem Buckel. Aber das sollte nicht ganz so das Problem sein. Ich denke mal, wir werden einige Teams bauen. Weil das will ich gleich sagen. Dieses Team hier ist eigentlich ein Showteam. Wieso sage ich Showteam? Weil ich ehrlich gesagt nicht der Meinung bin, dass es sich so pralle spielen lassen wird. Es ist einfach nur ein Showteam, wo ich viele Team-of-the-Year-Spieler unterkriegen wollte. Wir haben jetzt also acht Team-of-the-Year-Spieler im Verein. Es fehlen drei und das ist Philipp Lahm und Neuer. Und dazu noch Messi. Messi, wie gesagt, den hätte ich mir eigentlich geholt, wenn die Scheiße heute Morgen nicht passiert wäre. Und heute Abend wollte ich ihn dann eigentlich nicht mehr kaufen. Weil ich hätte ihn für 2-8 bekommen und dann war er irgendwie heute Abend also auf 3-4 rum, 3-5. Und da hatte ich ehrlich gesagt nicht so ganz Bock drauf. Vielleicht kaufe ich ihn noch irgendwann. Beziehungsweise wir kaufen ihn auf jeden Fall noch. Aber wahrscheinlich jetzt nicht mehr hier zu den ganzen Spielern dazu. Ich denke mal, acht Team-of-the-Year-Spieler sollten erstmal reichen. Ist jetzt mal so meine kleine Einschätzung. Ich denke mal, wir werden einiges machen an Teams. Das heißt, ich mache jetzt erstmal hier. 4-2-2-2. Ich mache erstmal, ich lösche die ganzen Teams. Ich will die ganzen Teams jetzt erstmal weg haben. Oblig kann ich mal ganz kurz lassen. Test-9. Ne, ich mache die erstmal alle weg hier. So, weil ich werde jetzt auch erstmal einige Spieler verkaufen. Beziehungsweise eigentlich dumm, die jetzt zu verkaufen. Achso, was wollte ich eigentlich machen? Genau. Ich wollte ja ein neues Team erstellen. Ich nenne das neue Team jetzt nochmal Team-of-the-Year-2. Ne, Team, wo geht hier nochmal großschreiben? Da, Team-of-the-Year. Und dann die 2. So, hätten wir das. Team selbst bauen. Da habe ich zum Beispiel als eine Variante im Kopf, dass wir ein, entweder 4, ich weiß noch nicht so ganz genau. Vielleicht auch ein 4-3-2-1. Äh, da bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz sicher, wie wir das machen werden. Hm. Vielleicht auch was in die Richtung. Könnte man eigentlich auch machen. Obwohl, ja, ich weiß nicht. Eigentlich hatte ich im Kopf so ein 4-3-3. So ein schönes 4-3-3 hier. Jetzt gehen wir erstmal hier raus. Gehen wir mal hier drauf. So, packen wir uns mal kurz hier den Ribéry. Der Ribéry sollte nämlich dann hier schön auf den Flügel kommen. Der kriegt dann natürlich noch seine Umformungskarte. Ibra nach vorne. Dann natürlich leider in Anführungszeichen Lukas hier hin. Er braucht halt einfach seinen Link. So, hier dann sowas in die Richtung. Habe ich jetzt glaube ich mal nicht da. Aber man kann ja mal gucken. Ne. Achso, ich habe diesen Kerl hier auch noch gezogen übrigens. Äh, heute. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie nochmal kurz vor 19 Uhr ein Pack gezogen. Und da war der drinnen. Ist denke ich mal Abstoß. Keine Ahnung. Ähm, wir können mal ganz kurz gucken. Bundesliga, ob wir da irgendwas haben in die Richtung. Aber wie gesagt, da gibt es nochmal ein extra Teambilding zu. Ne, da haben wir nur hier Stürmer oder Flügelspieler und ein IV. Okay. Jedenfalls sowas halt in die Richtung hier mit Bundesliga dann nochmal bestücken. Zum Beispiel hier Schweinsteiger würde ich nochmal testen wahrscheinlich. Dann hier vielleicht Alaba, Boateng, Neuer. Eventuell Team of the Year. Müssen wir mal gucken. Und dann hier halt sowas in die Richtung mit Cavani in der Mitte. Und hier Matuidi. Ja, Matuidi ist für mich halt nicht der ZOM, äh, der ZDM. Ähm, aber müssen wir dann halt mal machen. Und dann halt hier natürlich Thiago Silva, Team of the Year. Okay, ne? Achso. Hat er jetzt noch Bundesliga drin, ne? Äh, das machen wir mal ganz kurz. Ah. So, machen wir mal ganz kurz raus hier. Alle. Und dann packen wir mal Ramos da hin. Äh, Thiago Silva natürlich. Und ja, hier wie gesagt, dann Matuidi wahrscheinlich. Ich glaube, der ist ZM, ne? Ja. Machen wir mal ZM. Hier wäre dann Matuidi. Und hier, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich Van der Wiel oder sowas. Äh, oder erstmal Fanny zum Test. So ein bisschen. Ich meine, ich glaube, er ist sogar besser als Van der Wiel. Deswegen vielleicht dann auch ein bisschen Non-Rail mit reinbringen. Hier Cavani müssen wir eigentlich sogar da haben. Ich weiß, ja doch, da ist er ja. Genau. Und dann ist das Team eigentlich schon fast hier auch kompletiert. Wenn wir hier dann noch Schweinsteiger hinstellen würden. Alaba und Boateng. Und dann halt hier ins Tor Neuer zum Beispiel. Müssten wir mal schauen, wie wir das genau machen. So können wir zum Beispiel mal Ribéry testen. Dann habe ich aber noch ganz... Ach, ich habe so viele Dinge im Kopf, die man machen könnte. So, machen wir Team of the Year. Ach so, habe ich ja schon. Ja, ja, ja. Tut mir leid. Team of the Year. Und dann machen wir mal hier drei. So, ich nenne die jetzt einfach alle mal so. Das sind jetzt einfach mal alles so Test-Teams. Da schlängeln wir uns dann durch. In diesem Video sollte es eigentlich erstmal um das erste Team gehen. Da habe ich versucht, alle Team of the Year-Spiele einzubauen, die ich besitze. Ribéry geht natürlich dann nicht auch noch mit rein. Das war, ja, unmöglich eigentlich. Also, ich glaube, das ist auch gar nicht möglich mit Ribéry, Ronaldo und Ibra. Und dazu dann halt auch noch die ganzen anderen Team auf die Year-Karten untergebracht. Mit voller Chemie jedenfalls nicht. Dann hat, ich glaube, der Sprites, der Rallhausen-Forum, so heißt er eigentlich nicht, aber ich nenne ihn halt so. So was hier vorgeschlagen. Das wäre dann allerdings mit Messi. Wäre dann hier Messi, hier natürlich Ronaldo, Iniesta, Xavi, sowas in die Richtung. Prinzipiell könnte man Dani Alves eigentlich auch mal als rechten Flügel spielen lassen. Eigentlich hat er die Werte dafür. Müsste man mal gucken. Aber ansonsten können wir vielleicht hier was in die Richtung machen. Hier mit Ibra. Dann halt hier Ronaldo. Hier Iniesta. Ähm, ja, Iniesta, Iniesta. Ja, dann doch Marcelo und Ramos auch hier hin. Ja gut, das sieht dann relativ gleich aus, das Team eigentlich. Wenn wir das so machen, wie ich es jetzt gerade so im Kopf habe. Ja gut, da müssen wir mal gucken. Da bin ich mir selber noch nicht so ganz sicher. Aber ich denke mal, wir können da einiges machen. Definitiv können wir da einiges machen. So. Und ich bin wirklich verdammt gespannt, wie sich dieses Team spielen lassen wird. Beziehungsweise allgemein die Spiele. Ich meine, das ist ja wirklich schon mal, wir gehen jetzt nochmal alle Spieler im Einzelnen durch. Das ist ja wirklich nochmal was ganz anderes mit den Werten. Ich meine, so ein Inform, okay. Da sind die Werte natürlich gepusht. Aber so eine Team of the Year Karte, dieser Push, das ist schon mal eine ganz andere Nummer. Hier hätten wir zum einen Ribéry. 96 Pace. 98er Dribbling. 89er Schuss. 91er Passwert. Und dazu halt noch 5 Sterne Skill Moves. 4 Sterne Weak Foot. Hoch, Mittel, Work Rates. Rechtsfuß auf links. Also sieht einfach richtig geil aus, der Junge. Und ich bin wirklich gespannt, wie er abgehen wird. Dann hätten wir hier natürlich Sergio Ramos. Ähm, 86er Pace für den Innenverteidiger. Muss man, denke ich mal, nicht allzu viel drüber sagen. Dazu ein 81er Passwert. 79er Dribbling geht auch klar. 92 Defending und 94 Kopfball. Deswegen ist es auch nicht ganz so schlimm, dass er nur 1,83 groß ist. Hoch, Mittel ist ja eigentlich auch nicht so mein Ding. Aber ja, mit 86 Pace, da kommt man dann eigentlich nochmal hinterher. Ja, hoffe ich mir jedenfalls mal. Dann natürlich Thiago Silva. Auch relativ klein mit 1,83. Und dafür aber mit Mittel-Hoch-Work Rates. Und er hat nochmal einen Pace-Punkt mehr. Mit 87 Pace. 81er Passwert. Auch ein 79er Dribbling. Und dafür hat er noch 95 Defending und ein 91er Heading. Das sind halt unglaublich kranke Werte, muss man einfach nur sagen. Und ich finde das echt unglaublich billig. 579.000. Das ist ja überhaupt nichts. Jetzt ohne Scheiß mal. Für einen 94er Spieler. 579.000. Also das ist mal gar nichts. Dann hätten wir natürlich noch Daniel West, Team of the Year. Als Powerhouse. Ja, okay, das hatte der schon drauf. Defending und Passen. Ja, kann man drauf lassen. 95 Pace. Jo, geht mal klar. 78er Schuss für einen Außenverteidiger. Dazu noch ein 88er Passwert. 91 Dribbling als Außenverteidiger. Dann noch ein 86er Defending und 80er Kopfball. Und er hat natürlich auch noch 4 Sterne Skill Moves. Ist natürlich ein bisschen schade, dass er hoch geringen Arbeitsraten hat. Also das könnte natürlich ein bisschen kritisch hinten werden. Aber sieht natürlich schon ziemlich, ziemlich nice aus. Und wie gesagt, das soll wirklich so ein bisschen Showteam sein. Es kann gut sein, dass wir damit voll auf die Fresse kriegen. Kann ich mir sogar sehr gut vorstellen. Weil ihr werdet auch gleich sehen, warum. Jetzt schnappen wir uns nochmal hier den Inform. Matuidi, der will auch mal was hören. Hier, 80 Pace hat sein Second Inform. 81er Passwert. 85 Defending. 81 Kopfball. Seine Defense-Werte sind natürlich sehr ordentlich. Problem ist, glaube ich, was ich mit ihm habe, ist, dass er relativ klein ist und halt auch hoch nach vorne arbeitet. Da hatte ich immer so meine Probleme mit ihm. Dann. Xavi Team of the Year. 72er Pace. Sollte ausreichen in der Zentrale. 80er Schuss. 97er Passwert. 93er Dribbling. Mittel-Mittel-Workrates. Das finde ich ganz gut. Da ist er so ein bisschen der Regisseur, der sich da in der Mitte aufhält. Das müsste eigentlich klar gehen. Aber hier sieht man das erste Problem. Beziehungsweise das erste Problem war hier drüben schon. Nämlich 1,75. Dann Xavi in der Mitte. 1,70 nur groß. Und jetzt kommen wir zu Iniesta, der nämlich auch nur 1,70 groß ist. Aber jetzt erstmal zu seinen Werten. 80er Pace. 80er Schusswert. 97 Passen. 97 Dribbling. Und noch ein 71er Defense-Wert. Ich glaube, Xavi hat sogar 74 oder so. Ja, 74. Also die können natürlich auch mal defenden, klar. Aber die sind halt wirklich alle so klein. Und das könnte wirklich ein ziemliches Problem werden. Und dann natürlich auf der linken Seite. Ronaldo Team of the Year. 98 Pace. 97 Schuss. 98 Dribbling. 87er Passwert. Und noch ein 92er Heading. Bei hochgeringen Arbeitsraten. 5 Sterne Skill-Moves. 4 Sterne Weak Foot. Und 1,85 Körpergröße. Einfach unglaublich, der Kerl. Und dann natürlich da vorne im Sturm mein Baby. Muss ich einfach so sagen. Ich liebe Slatern einfach. 1,95 groß. Mittelgering Workrates. 5 Sterne Skill-Moves. 4 Sterne Weak Foot. Dazu 82 Pace jetzt. Für seine Körpergröße. Ein 98er Schuss. Das heißt 1 vor Maximum. Mehr als 99 geht nicht. Dann noch ein 88er Passwert für den Stürmer. 94 Dribbling. Und 87 Heading. Wie gesagt, bei 1,95 Körpergröße. Und halt ein 96er Overall. Was haben wir denn eigentlich für ein Rating, wenn wir hier die Bank auffüllen lassen? Hab ich noch gar nicht dran gedacht. Lass uns das mal machen. Assistent. Dann füllen wir auf hier. Den Schund. Und so. Nochmal aufgefüllt. Und ach du Scheiße. 91er Rating. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Das könnte brutal werden mit dem Rating. Also was jetzt auch vor allem Momentum und sowas anbelangt. Ich weiß nicht. Man könnte natürlich auch die komplette Bank mit Bronze voll machen. Aber ich glaube selbst dann haben wir noch 85 oder sowas. Oder 86 oder noch höher. Keine Ahnung. Ich glaube ich werde das einfach mal zum Fun testen. Mir ist egal. Ich spiele hier auch mit 91er Rating. Und ja. Die Spieler sehen einfach nur unglaublich geil aus. Mir ist jetzt übrigens auch eingefallen, was ich machen wollte. In dem dritten Team. Nämlich Ronaldo ist natürlich kein Mittelfeldspieler. Das habe ich in dem Team wie gesagt nur so gemacht. Weil ich ihn auch mit in dem Team haben wollte. Und das ging dann halt nur so. Aber natürlich bauen wir dann doch jetzt nochmal ein Team mit Ibra und Ronaldo. Muss halt einfach sein. Weil die beiden Jungs sind einfach Team of the Year. Da muss man die nochmal zusammenspielen. Muss einfach drinnen sein. Hier hätte ich natürlich gerne zum Beispiel Iniesta noch mit hingestellt. Aber das passt leider nicht. Da müsste ich dann vielleicht sowas. Das könnte man natürlich machen. Das könnte eigentlich klar gehen. Wenn. Ich glaube das klappt nicht ganz. Ne. Das ist scheiße. Das klappt nicht. Oder? Ne. Das klappt nicht. Scheiße. Ich hätte hier natürlich gerne Iniesta gehabt. Aber hier muss ich dann Coen, Drau oder Marcelo hinstellen. Und dafür gibt es natürlich dann nur so einen normalen Link dahin. Und hier müsste dann prinzipiell zum Beispiel Piquet hin. Aber ehrlich gesagt habe ich keinen Bock da Piquet zu spielen. Dann wird es natürlich gehen. Aber Ramos zum Beispiel reicht leider Gottes nicht aus. Weil er muss zwei Links ausgleichen. Hier wie man sieht. Ja jetzt. Jetzt geht es noch. Aber wenn ich jetzt. Ach. Ne. Hä? Ne. Gut. Ne. Das geht auf keinen Fall. Ich stelle jetzt mal die Rossi hin. Und jetzt hat er sechs. Was hätte er mit einem spanischen Trainer. Beziehungsweise Liga BWV. Sieben. Also könnte er maximal auf acht kommen. Mit Loyalität noch dazu. Das ist halt ein bisschen scheiße. Den hätte ich gerne da gespielt. Und dann. Ja. Man könnte natürlich Xavi hier hinstellen. Aber dann habe ich wieder ein Problem mit Ibra. Das ist dann auch wieder scheiße. Weil wenn ich Xavi hier hinstelle. Da freut er sich natürlich. Der freut sich definitiv. Weil er kriegt hier einen guten Link. Kann er den Wett machen. Und einen perfekten Link. Kann er die beiden Wett machen. Aber Ibra freut sich dann halt wieder nicht. Weil. Dann haben wir. Pupp. Dann fehlt ihm nämlich ein Link. Er bräuchte noch einen kleinen Link. So. Wie man sieht. Fünf Chemie. Na gut. Das ist jetzt auch. Weil er Stürmer ist. Wenn er Mittelstürmer wäre. Hätte er sechs. Mit Manager sieben. Und dann mit Loyalität. Hätte er auch acht Punkte. Ah. Das ist echt eklig. Ja. Ja. Das ist ein bisschen schade. Man könnte natürlich Jordi Alba. Ne. Könnte man halt gerade nicht. Das ist ja das Problem. Ähm. Jordi Alba würde natürlich den Iniesta auf volle Chemie bringen. Auch ohne Xavi. Aber dann freut sich Ronaldo wiederum nicht. Weil er dann halt nur zwei Orangene Links hat. Das geht dann auch nicht klar. Da muss ich mir nochmal was einfallen lassen. Wie ich das mache. Um da halt auch ein paar Team of the Year Spieler unterzubringen. Mir würde prinzipiell. Würden prinzipiell diese drei hier reichen. Ibra. Iniesta und Ronaldo. Der Rest könnte irgendwie anders sein. Aber wir haben jetzt hier auch kein Spanier aus der französischen Liga. Ne. Fällt mir jedenfalls keiner ein. Weil wenn hier Ramos wäre. Ein Spanier aus der französischen Liga. Das ist jetzt natürlich mal eine Überlegung. Wenn es das gäbe. Dann wäre das natürlich ganz hübsch. Ich glaube ich gehe mal ganz kurz auf Foothead. Und gucke mal ganz kurz im Filter. Das wäre dann zwar ein bisschen Chemie Bitch. Aber dann würde es klappen. Aber mir fällt da keiner ein. Verratti ist Italiener. Spanier. 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 Ich gehe mal kurz auf die Advanced Search bei Foothead. Und gebe dann einfach mal ein. Liga und Spanien. So. Wo haben wir es? Ähm. Leak. Und dann machen wir Leak. Äh. Wo ist sie? Wo ist sie? Leak. Äh. Da haben wir sie. Und noch ein Filter hinzu. Da gehen wir auf Nation. Und dann packe ich da mal Spain rein. Na. Wo ist es? Spain. Da haben wir es. So. Jetzt machen wir Apply Filters. Und dann finden wir nämlich genau nichts. Das habe ich mir gedacht. Und es wird auch keinen Schweden in der spanischen Liga geben. Beziehungsweise dann kriegen wir den eh nicht ordentlich verletzt. Link. Deswegen hat das auch keinen Sinn. Ah. Das ist ein bisschen schwer. Muss ich mal gucken. Und wie sieht das aus, wenn wir diese 4, 3. Die hier. Ne. Die nicht. Die hier. Genau. Wenn wir die machen würden. Na. Das könnten wir natürlich auch machen. Das könnten wir natürlich auch machen. Nämlich dann hier mit einem Alonso in der Mitte. Ja. Doch. Das könnte mir sogar gefallen. Matuidi kriegt dann hier noch seinen Thiago Silverlink. So. Alonso reicht dem Ramos auch. Das heißt, hier könnte dann Sirigu wieder rein. So. Und ja. Hier. Alonso. Der wird sich auf jeden Fall freuen. Und hier kann man auch irgendeinen random Außenverteidiger hinstellen. Zum Beispiel. Was heißt random? Es muss leider einer aus der französischen Liga sein. Leider Gottes. Ich hätte natürlich am liebsten Brasilianer da gehabt. Aber das wird nix. Ich überlege gerade. Ne. Das können wir nicht machen. Schade. Aber naja gut. Okay. Dann wäre das hier so eine kleine Chemie-Hure. Muss man schon so sagen. Aber ich glaube hier für die Position werde ich mir dann doch nochmal den lieben Herrn Alonso zulegen. Man könnte da prinzipiell. Könnte man nicht. Nein. Könnte man nicht. Könnte man nicht. Habe ich scheiße im Kopf gehabt. Stopp mal. Das geht doch. Ne. Quatsch. Muss einer von Real sein. Ronaldo muss sich ja freuen. Deswegen muss schon einer von Real sein. Und ja. Das wäre dann prinzipiell Xabi Alonso. Ja doch. Das müsste Xabi Alonso sein. Und dann könnten wir da nochmal ganz kurz den Alonso holen. Alonso. Xabi Alonso. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen hoch. Ich glaube der ist ja ZDM eigentlich. Deswegen gucken wir mal bei ZM. So. Gehen wir mal ein bisschen höher hier. 2000 vielleicht. Ne. Zweieinhalb. Ne. 3000. Jo. Gut. Was haben wir da. 2,9. Okay. Noch nicht ganz so interessant. Ne. Ah ne. 2,5 hatten wir ja. 2,7. Ja. Da haben wir einen. Okay. Der hat keinen Vertrag. Na gut. Eigentlich können wir auch ohne Vertrag nehmen. Was hat der vielleicht noch? Chemistry Style oder so drauf? Ne. Ja gut. Dann gucken wir mal vielleicht nochmal zwei Stufen höher bei 2,9. Und da hätten wir jetzt natürlich eine etwas größere Auswahl. So. Die sind aber alle basic. Da war ein Architekt dabei. Architekt ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Das ist passen und Kopfball. Weil sein Kopfball ist halt wirklich relativ mies. Ja doch. Ich glaube wir nehmen auch einen Architekten. Dann gucken wir mal was wir da als billigsten finden. Architekt. Und dann suchen wir mal. Mal gucken ob es überhaupt mehr als einen gibt. Das weiß ich natürlich auch nicht. Auf dem Transfermarkt gibt es nichts das deinen Suchkriterien entspricht. Verringere die Anzahl. Eben gab es doch auch einen. Laber mich doch nicht voll. So. Und da gibt es immer noch wahrscheinlich den gleichen. Ist ja auch Latte. Wir nehmen den jetzt einfach mit. 2,9. Xabi Alonso als Architekt. Dann passt die Sache. Hätte ich ihm jetzt natürlich auch geben können. Weil wir wahrscheinlich tausendmal im Verein Architekt haben. Übrigens 4000 Objekte im Verein. Happy Birthday Massive. Damit kannst du was anfangen. So. Na. Komm. Suche. Ja ja ist klar. Gibt nichts mehr auf dem Transfermarkt. Dann hätten wir eigentlich das Team schon mit Spielern die wir sowieso hätten hatten. Einfach mal so gebaut. Geht da eigentlich auch klar. Sollte sich bestimmt auch ganz interessant spielen lassen. Ich denke mal wir werden sehr viele Experimente machen. Ihr seht das auch alle natürlich volle Chemie. Wunder. Hübsch. Und das hier könnte sich vielleicht sogar noch besser spielen lassen. Das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Einen der ein bisschen mehr nach vorne macht. Einen der ein bisschen mehr nach hinten macht. Und einen der beides ein bisschen macht. Mag ich ja eigentlich so. Am liebsten habe ich natürlich zwei Kanten. Aber naja. Das könnte so klappen. Je nachdem. Muss man vielleicht mal auf defensiv agieren. Oder auf. Ja. Das kommt immer drauf an. Aber das sieht mir eigentlich ganz hübsch aus. Oder was sagt ihr so dazu. Sieht eigentlich nicht schlecht aus. Und so hätten wir dann eigentlich schon. Wie sah es hier aus. Das war mit Ribbe. Da könnte ich natürlich auch erstmal Martinez reinstellen. Erstmal Martinez. Dann Alaba. Boateng. Und erstmal den normalen Neuer. Sozusagen zum Testen. Und dann. Oder gleich Team of the Year Neuer. Müssen wir mal gucken. Weiß ich noch nicht genau. Und da wäre das Team auch gleich mal fertig. Um es zu testen. Dann hätten wir eigentlich schon mal gleich drei Teams. Wo wir ein bisschen mit rumspielen könnten. Natürlich werden wir danach auch noch ein bisschen rumtesten. Und ja. Ich muss mal gucken. Vielleicht. Ich hätte natürlich schon ganz gerne bis zum nächsten Wochenende. Die ersten Reviews vielleicht aufgenommen. Ich muss mal gucken. Wie ich das überhaupt mache. Ich habe noch nie so ein richtiges Review gemacht. Eigentlich halte ich da auch nicht ganz so viel von. Ich meine. Man soll sich dann lieber die Spiele so angucken. Na gut. Obwohl eigentlich so ein Review ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Weil man dann halt alles nochmal so ein bisschen auf den Punkt bringt. Also eigentlich schon ganz gut. Ja. Muss ich erstmal gucken. Wie ich das mache. Aber ich denke mal. Wir werden Spaß haben. Das Team. Darauf bin ich wirklich gespannt. Wie sich das spielen lässt. Also ich. Das Einzige. Was mir so ein bisschen sehr große Sorgen macht. Ist halt wirklich dieses Mittelfeld. Weil die alle so klein sind. Und es arbeitet halt echt nur Matuidi. Nach hinten. Irgendwie. Ja. Das könnte echt gefährlich werden. Vor allem hier auch. Hier. Er arbeitet hoch nach vorne. Und mittel nur nach hinten. Er sogar nur niedrig nach hinten. Er mittel nach hinten. Und er auch mittel nach hinten. Also die Seite arbeitet irgendwie überhaupt nicht nach hinten. Hier haben wir wenigstens einen. Na. Da. Der hoch nach hinten arbeitet. Und er hier hat ja mittel. Er sagt ja. Oh. Messe. Wer hätte sie Coins behalten. Hätte sie ein kleines Team um Ronaldo gemacht. Und Ibra. Dann wäre gut gewesen. Dann sage ich. Nee. Mach ich nicht. Nein. Lasst einfach mal eure Meinung in den Kommentaren. Wird mich einfach interessieren. Ich finde es ziemlich geil. Ich habe richtig Schiss. Irgendwie den Account in Ruhe zu lassen. Das heißt. Irgendwie die Playstation 4 auszumachen. Weil ich irgendwie immer denke. Wenn ich wieder zurückkomme. Ist alles weg. Keine Ahnung. Warum auch immer. Aber. Äh. Jedenfalls. Ich glaube. Wir sind durch. Und ich hoffe einfach mal. Euch hat es gefallen. Und wenn ja. Dann lasst doch einfach ein Like da. Das ist wirklich auch wichtig für mich. Damit ich sehe. Ob sowas bei euch ankommt. Ich meine. Ich sage das natürlich. Am Ende jedes Videos. Die meisten. Den meisten ist das wahrscheinlich schon ein Ohrwurm. Weil ich immer den gleichen Abschlusssatz habe. Aber ich sage das ja nicht aus Spaß. Also ich sehe halt. Wenn ihr zum Beispiel liked. Sehe ich. Okay. Ihr steht auf das Video. Sowas in die Richtung findet ihr gut. Wenn ich Dislikes habe. Sehe ich das natürlich auch. Ich finde es natürlich immer sehr schwachsinnig. Dislikes zu machen. Ohne eine Begründung. Wenn eine Begründung da ist. Okay. Vollkommen in Ordnung. Aber ohne Begründung zu Disliken. Naja. Nicht ganz so pralle. Und ja. Ansonsten würde ich nur sagen. Das wäre es gewesen. Also. Schön. Liken. Wenn es euch gefällt. In die Kommentare schreiben. Natürlich eure Meinung. Und. Natürlich im Forum vorbeischauen. Ich muss mal gucken. Vielleicht mache ich mir bald immer diese Werbung hier oben. rein. Ich weiß es noch nicht genau. Ne. Wahrscheinlich nicht. Dann holt ihr rum oder so. Aber lpmassive.de. Ihr wisst es ja. Das wäre es jetzt auch wirklich gewesen. Schön, dass ihr zuschaut habt. Wenn es euch gefallen hat. Also. Habe ich ja schon alles gesagt. Deswegen wiederhole ich es nicht nochmal. Macht's gut. Ciao. Also. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.